Gut. Ja, ich bin hier mit Sebastian Hackl im Bett und die erste Frage, die ich ihm stellen werde, ist, wie ist deine Beziehung zu deinem Bett? Mein Bett zu Hause, wir sind ja hier in einem Hotel, besteht aus Bananenkisten und die Beziehung dazu, besteht eigentlich darin, dass ich jederzeit sofort mit meinem Bett umziehen können würde, ohne dass ich es merken würde. Also ich kann sofort mein ganzes Zeug in mein Bett verpacken. In deine Bananenkisten verpacken. Beziehungsweise mein Bett heißt Rastlosigkeit, aber Geborenheit in einem. Schön. Und meine zweite Frage an dich zum Thema Bett. Wenn du niemanden anderen umarmst oder keine andere Person zur Hand hast, umarmst du dann dein Kissen? Manchmal. Ne, das mache ich nicht. Nie? Ne. Gut. Wir essen nie Wasser. Gut, das ist vielleicht dann die nächste Frage. Ich schaue jetzt mal kurz nach auf den Katalog. Würdest du eher sagen, dass das ein Maikäfer ist oder eine Zecke? Ich finde, das hat was von Staubmilben. Warte. Was genau, was ist das Beängstigendste? Was war das Schrecklichste, was du jemals in deinem Bett erlebt hast? Ich habe geträumt, dass plötzlich ganz viele Käfer und Schlangen und Krabbeltiere sich überall um mein Kopfkissen versammelt haben. Was ich natürlich nicht umarmt habe in diesem Moment, aber ich lag ja mit dem Kopf drauf. Und das war eklig. Ich bin aufgewacht und habe auch nicht so ganz geglaubt, dass die jetzt auch wirklich nicht da sind. Aber das ist ja jetzt vielleicht auch eine philosophische Frage, aber das ist ja nicht wirklich in deinem Bett passiert. Deswegen würde ich die Frage nochmal präzisieren. Ich habe darüber nachgedacht, wer schon alles auf der Matratze geschlafen hat, die ich mir gekauft habe. Und der Gedanke allein, es ist so einiges Schreckliches passiert. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Auch wenn dein Bett aus Bananenkisten besteht, was für ein Monster liegt unter deinem Bett? Deshalb besteht es aus Bananenkisten, weil dann kein Monster darunter Platz hat. Es sei denn, es ist ein Monster, was ich durch 16 teilen kann. Oder es ist ein Monster, was durch 16 Teilen besteht. Oder es sind 16 kleine Monster. Und das wiederum wäre wieder total niedlich. Und die können dann eigentlich auch nur nach oben kommen. Ja. Genau. Wollen wir noch? Einmal gute Nacht. Ja. Achso. Du musst hier aufziehen. Mhm. Wie lange müssen wir wollen aufstehen eigentlich? Weiß ich nicht. Ich schlafe ab. Früh ist offen. Neun. Das kannst du früh? Naja. Oder vielleicht ab? Und dann neuen Rollen. Neun Rollen? Na, das war um neuen Rollen. Okay. Ach, Rollen. Mit dem Bus. Ja. Vorher noch die Kinder im Kindergarten. Frisch. Ja. Und dann gehst du auch nochmal wieder in die Schule. Erst im Herbst wieder. Gut. Ich glaube wir werden gefilmt die ganze Zeit. Ich will nicht mehr.